Ich will Sportschütze werden Einzelfälle, Sonderregelungen Das klammere ich mit Absicht in dieser Reihe Tatsächlich aus Es würde mich sehr freuen, wenn du uns bei Facebook YouTube folgen würdest Und vielleicht lernen wir uns auch mal bei einem Kurs Bei einem Sachkundekurs, Schnupperschießen Wo auch immer, einfach mal persönlich kennen Und vielleicht später tatsächlich auch mal beim Waffenkauf Wo auch immer, wann auch immer Würde mich sehr freuen von euch zu hören Bis dahin, alles Gute, Ciao Bis zum nächsten Mal